Komm rein! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott! Nein, er ist down! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute werden wir mal hier, hier sind auch richtig viele Zuschauer am Start, also zwei Brüder. Heute werden wir mal ein bisschen als Notarzt unterwegs sein. Mit den ganzen Jungs hier. So, ich würde mal sagen, hier ist ein Feuer ausgebrochen. Wir müssen erstmal uns ein Auto spawnen, warte. Die anderen Zuschauer sind auch schon hier alle am Start. So, wir können leider hier nur das Normale, aber egal. So, ich bin jetzt halt nur so ein Rettungsdienst, aber gut, Leute. Wir rüsten, solange kein Einsatz ist, können wir eigentlich mal unsere Sachen ausrüsten. Ähm, so. Genau, zu den Spinden müssen wir. So, wir müssen hier mal direkt alles ausrüsten, Leute. Ich habe hier noch nie als Notarzt gearbeitet. So, Feuer, Rebann, zack. Gucken wir hier alles ausrüsten. So, geil. Da haben wir jetzt alles ausrüstet, würde ich mal sagen. Wir warten jetzt auf einen Einsatz. So, Leute, es geht hier direkt weiter. Ja, hier sind auch ganz schön viele Zuschauer am Start. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier hin, Leute. Oh, Leute, hier nur der Notruf. Wir gehen mal jetzt ins Auto. Die Zuschauer kommen auch schon. So, ihr Fahrer, Leute, alle einsteigen. Die ganzen Zuschauer. Sind alle drin? Ja, müssen alle drin sein. Let's go. So, wir gehen jetzt zum erstes Mal hier als Notarzt in den Not... Äh, in den... Was sei denn? Was, das sag ich schon? Äh, ab auf... Äh, ja. So, hier sind auch echt viele Zuschauer am Start. Also, falls ihr auch mal gerne bei Videos dabei sein wollt, dann, äh, ich guck mal eben. Hier scheint der Not-Notfall zu sein. Hier ist leider gerade nichts. Also, hier ist kein Officer down. Schade. So, bei Arias, Leute, wir gehen jetzt hier mal direkt los, Leute. Hier bei Arias ist nämlich was. Wir fahren hier mal direkt hin, Leute. Hier ist viel Polizei, ja. Oh, mein Gott, Leute. So eine coole Kurve habe ich noch nie bekommen, muss ich sagen. Hier wird den ganzen Zuschauer am Start. Also, Leute, falls ihr auch in einem Video dabei sein wollt, dann müsst ihr einfach nur mir auf Roblox eine Freundschafts-Anfrage schicken. Den Username blende ich hier mal ein. So, hier, Leute, bei Arias ist einer... Hier ist einer down, Leute. Aber ich würde sagen, den holen wir uns. Infusion nutzen. So, dann brauchen wir noch das hier. So, geil. So, dann wird der jetzt hier, äh... So, der ist jetzt wieder direkt fertig. Geil. So, dann haben wir jetzt den hier wieder geholt. Können wir mal das hier machen. So, Leute, der Einsatz ist beendet. Er ist nicht mehr down. Wir können hier direkt wieder lang. Reins Auto. Hier sind so viele Zuschauer. Das ist echt sehr verrückt, was hier abgeht. So. Leute, wir warten hier, bis einer down ist. Bisher haben wir einen geholt. So, Leute, ich stecke hier gerade fest. Leute, schnell, schnell, der zukommt. Komm rein. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott. Nein, der ist down. Leute, wir müssen ihn holen. Rusilando ist down. Leute, hier ist ein Zuschauer down. Wir benutzen hier mal eben das Band. So, haben wir. So, geil. Jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal ein bisschen, äh... So. Leute, jetzt haben wir ihn wieder geholt. War natürlich nicht so geil, dass hier direkt einer down war. Also, ich bin direkt dabei, die eigenen Zuschauer zu, äh, erdingsen. So, dann steigt mal alle ein. Ja, der ist zu spät, weil wir sind hier schon. Leute, der Rusilando muss mal einsteigen. Boah, Leute, das war sehr knapp. Hier, Leute, Notfall. Wir gehen mal direkt hin, Leute. Navigation. Navigation hier zum Energy Call. Das war eigentlich nur so mit dem Zug, Leute. Das war eigentlich schon ein bisschen, um XP zu fahren. So, hier muss was sein. Hier ist ein, äh, Energy. Also so ein Notfall. Oh, die ist aber nichts. Also, Leute, da hat uns hier einer wieder verarscht. Und einen falschen Notruf gesendet. Wir sagen, wir sehen uns hier gleich wieder, wenn hier was ist. Oh, moin, das ist Eli, Leute. Ich, äh, gehe mal kurz zu ihm, Leute. Moin. Hier ist auf jeden Fall noch ein anderer. Gruß geht raus an Eli. Geil, dass der hier auch am Start ist. Hier sind ganz schön viele, äh, Fans und so. Okay, Eli, Eli hat leider gelieft. Hm, Leute, wir gehen mal hier wieder raus. Eli war hier kurz da, Leute. Also, falls ihr auch Eli abchecken wollt, macht auch geile Not-to-Fammo-Videos. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, seine Folgen. So, die Zuschauer sind auch drin. Leute, als Rettungsdienst nehmt man echt. Also, man hat gefühlt keine Einsätze. Ja, wir warten jetzt natürlich auf Einsatz. Wir brauchen hier echt mal einen richtig saftigen Einsatz wieder, um gut XP zu fahren. Der Rettungsdienst ist unterwegs mit der Fablox-Army am Start. Oh, hier ist Feuerwehr. Vielleicht ist hier was. Vielleicht war da nur ein Feuer. Ah, bisher ist hier nichts. Lol, Eli ist hier halt auch geil. So, wir gucken hier mal direkt weiter, Leute. Hier ist gerade kein Einsatz. So, hier schreibt ein Zuschauer, wann bist du Feuerwehr? Gute Frage eigentlich. An der Stelle sage ich mal, äh, ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir auch mal Feuerwehr sein sollen. Dann können wir das gerne auch mal machen. So. Oh, hier ist gerade leider nichts am Start. Aber die Hälfte vom Wagen ist kaputt. Ja, super. Oh, geile, geile Leute. Das gibt es nochmal in Zeitlupe. So sah das gerade aus. Oh. Also, das war schon chillig, wie der Polizist, wie der Polizist auf einmal so kam. Oh, Leute, hier ist ein Feuer ausgebrochen. Ist zwar kein richtiger Einsatz für uns, aber Leute, da könnte natürlich einer daumen sein, ja, außer hier ins Feuer läuft. Das ist schön blöd von denen. Deswegen fahren wir da schon mal direkt hin, weil wenn dann da einer daumen geht, soll wir da vor Ort agieren. So. Ab zum Feuer, würde ich sagen. So, das Feuer ist zwar da hinten. Hier bei der Polizist ist auch viel los. Na, jetzt ist da wieder einer da. Mal gucken. Leute, hier steckt gerade der Wagen mitten auf den Schienen fest. Also, das kann richtig schief gehen. Ja, wir müssen da wegfliegen. Komm schon. So, wie das aussieht. Ich, äh, ja, weiß ja nicht. Sieht so. Ey, das sieht so lustig aus. Wir sind dauernd, dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem nächsten Video. Bis dahin. Und, äh, ja, ich schreibe mal kurz. Ciao.